Ja und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Trains in World 3. Wir befinden uns hier in Essener Hauptbahnhof, am wunderschönen Essener Hauptbahnhof. Da drüben steht ein RA11, heute Rhein-Ruhr-Express. Da drüben fährt vielleicht der RA2 ein, sehr wahrscheinlich der RA2. Aber unser Fahrzeug steht hier hinten. Ich möchte nämlich einfach mal wieder 425 fahren, weil das bin ich schon lange nicht mehr. Und auch die Strecke hier, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube Hauptstrecke Rhein-Ruhr müsste doch noch aus TSW 1 sein, oder? Oder frühes TSW 2. Aber genau weiß ich es nicht mehr. Ich will auf jeden Fall mit euch eine Runde mit dem 425 fahren. Wir sehen hier direkt an der Seite, dass die Logos-Spiegel verkehrt sind. So, ich setze mich direkt mal in den Lokführersitz. Um 10.18 Uhr fährt der ab, das heißt, das ist gar nicht mal mehr so lange hin. Ich möchte das Ganze nutzen, um ein bisschen sowas zu erklären. Beziehungsweise, was heißt hier erklären? Ich, es ist jetzt Mai. Heute, wenn das Video rauskommt, ist der 3. Mai. Und quasi ab Mai möchte ich den Kanal so richtig wiederbeleben. Zum 1. Mai kam auch ein TSW-Video. Am Dienstag kommt vermutlich nichts, oder kam vermutlich nichts. Aber ich möchte regelmäßig wieder Videos machen. Einfach auch durch meinen neuen Job bei der DB AG habe ich deutlich mehr Freizeit. Ich habe die Möglichkeit, auch den Kanal wieder zu beleben. Und ja, ich dachte mir, komm, das nutzt du jetzt. Und habe sogar dafür, das findet ihr jetzt in der Videobeschreibung, es gibt jetzt mal wieder einen Upload-Plan. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Upload-Plan hatte. Aber es gibt jetzt wieder einen. Ich stelle den hier mal noch auf RB33 nach Aachen. Gehen wir mal in die Außenlandsicht. Gucken wir uns das mal an. Das RB33 nach Aachen Hauptbahnhof. Vielleicht sollten wir dafür noch das Spitzenlicht einschalten. Dann sieht es auch noch mal besser aus. So. Schön. Ja. Jetzt noch ein paar Sekunden. Dieser Zug fährt laut Plan um 18 Uhr ab. Na ja. So 18 Uhr. Jetzt warten wir mal noch ein bisschen. Ne, ich hatte mir gedacht, ich will einfach mal wieder auch auf den alten Strecken unterwegs sein. Wenn ihr wollt, dass wir vielleicht mal auf Hamburg-Lübeck oder so mal wieder eine Tour fahren, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Auch was ihr euch wünscht. Ich will gerne auf dem Kanal wieder mehr Spiele spielen. Ich will mehr machen. Der Kanal hier, Trainsa, eignet sich ja eher mehr für Simulatoren. Ich bin am überlegen, ob ich noch einen Kanal aufmache. Keine Ahnung, Blaufuß spielt oder irgendwie sowas. Oder Blaufuß oder Trainsa 2. Wo ich dann einfach nur die Sachen spiele, wo ich wirklich Bock drauf habe, die aber nicht hier auf den Kanal drauf passen. Der Kochkanal soll ja auch endlich demnächst kommen. Ich werde mir, sobald ich jetzt mal ein bisschen Geld übrig habe und mich nicht mehr um die Wohnungseinrichtung kümmern muss. Türen verriegeln. Sollen wir mal eben machen. Dann werde ich mir noch eine Kamera holen und dann wird es hoffentlich dann auch endlich Kochvideos geben. So, wir befreien uns direkt mal und legen den Hebel mal nach vorne. So, er will sie. Jetzt muss ich ihn nochmal befreien. Also, im Stand befreien geht nicht. So. Gut, wir dürfen fahren. Wir ziehen jetzt direkt schon mal hoch auf 60. Entgegen dem, was der TSW sagt. Ich darf jetzt schon 60 fahren. Aber nicht 61, sondern nur 60. Gut. Ja, wir fahren eine kurze Runde von Essen nach Duisburg mit der RB33. Also halt nur in Mülheim und in Duisburg. Ich glaube mittlerweile, also ich weiß nicht, auf wann dieser Fahrplan hier basiert. Das könnte alles richtig sein. Das könnte auch alles falsch sein, was DTG hier gemacht hat. Aber ich meine, die RB33 hält mittlerweile zusätzlich noch in Essen West. Also, ich bin schon lange keine RB33 mehr gefahren. Ich bin schon lange keine Passagierzüge mehr in NRW gefahren. Seit Februar nicht mehr. Aber ich meine, und RB33 bin ich sowieso. Wie häufig bin ich mal RB33 gefahren? Seltenst. Wir bremsen direkt nochmal ab, weil hier kommt jetzt eine 100-Hala. Ja, halt nicht nur eine 100-Hala, sondern ab hier sind jetzt gleich einfach 100 fertig. Da kommt das Schild gleich. Ja, 100. Weil ich meine, die RB33 hält auch in Essen West. Jetzt warten wir mal noch ein kleines Stück. Als streckenkundig bin ich hier natürlich. Streckenkunde habe ich auf diesem Abschnitt. So. Oh, da hat das Bild gerade geflackert. Jetzt ziehen wir mal hoch auf 140. Schön. Also, man sieht auch definitiv, dass das eine der ältesten TSW-Strecken ist. Alleine schon vom Detailgrad, von der Ausgestaltung her, von der Oberleitung her, ganz zu schweigen. Also, der Draht ist ja, der ist zwar ein bisschen im Zickzack, aber das sieht eher gerade aus. Sagen wir es mal so. Hier im Spiel zumindest. So, 69% Leistung, das ist nett. So. Rund auf 120. Aber wie gesagt, ich will an sich, will ich noch einen, ich will so Sachen auch let's playen können, wie jetzt, wo das mit Facecam wirklich funktioniert, mit dem Greenscreen. So Sachen, keine Ahnung. Hitman, nein, Hitman, Hitman habe ich schon gespielt oder teilweise angespielt. Wenn dann, ich weiß nicht, irgendwelche Spiele, wo sich die Kamera auch gut ergibt, Horrorspiele. Ich hasse Horrorspiele, aber ich will mal ein Horrorspiel spielen. Ich will gucken, ob das auch bei euch ankommt. Aber das hier auf dem Kanal, weiß ich nicht. Ich meine, da muss ich mir natürlich eine neue Audienz, eine neue Zuschauerschaft aufbauen. Aber. So. Dann bremsen wir mal runter auf 85. So. Ah, Entschuldigung. Wir haben noch 900 Meter bis 800 Meter bis Mühleim. So, da befreien wir uns mal draus. So. Stimmt, ich bin ja in der Regel, bin ich ja nur auf dem Gleis hier unterwegs, auf dem Äußeren. Oh ne, ich bin ja auch S1 gefahren. Was rede ich eigentlich? So. Da ist ein Feuerlöscher, den haben wir irgendwann anscheinend schon mal aufgefüllt. So. Interessantes Field-Obut. Oh, das ist ja noch zu Baustellenzeiten. Da drüben wäre eine Stelle für ein Plakat. Sehe ich die von hier aus? Ne, die ist dahinter. Na gut. Jetzt stehen wir hier. Ich mach mal die Instrumentenbeleuchtung auf. 38 Prozent. Am liebsten würde ich jetzt schon zumachen, weil... Hallöchen. In der Regel bist du hier eh schon verspätet. Warten Sie bis 18.27.01. Machen wir nochmal kurz auf für ein paar Sekündchen. Und zu. Und Hebel vor. Ah ja, okay, klar. In Mülheim an der Ruhestürung halten wir auch. Stimmt. Inhalt habe ich ganz vergessen. Das Geilste ist jetzt, jetzt kommt erstmal Mülheim West. Da denkst du als S-Bahn, als S1. Oh, da muss ich anhalten. Aber nein, du fährst durch. Ein S-Bahn, der an einem Halt einfach nicht anhält. Und durchfährt. Der aber planmäßig noch bedient wird. Das ist... Das ist jedes Mal so verwirrend. Weil du fährst ja S-Bahn und deswegen gehst du davon aus, dass du überall anhältst. Aber nein. Du musst du nicht. Ah. Aber wir haben einfach noch einen Beimann dabei. Deswegen dürfen wir auf Fahrplangeschwindigkeit fahren. Auch mit ausgeschalteter Sifa. Da hängt die C. Es ist so geil. TSW packt jetzt einfach überall die 10er drauf. Obwohl die 10er gar keine Zugwendesteuerung hatte. Also keine ZWS. Zumindest keine Zeit-Multiplexe-Wendesteuerung. KWS und KDS gab es. Ich glaube, es gab auch ein paar Maschinen mit ZWS. Ich weiß, es gab 141er mit ZWS. Aber bei 10er bin ich mir gerade gar nicht mal sicher. Aber im DOS-Zu-Verkehr... Die sind schon mit DOS-Zus gefahren in TB0. Aber in der Regel dann nicht mit Steuerwagen voraus. Nee, nicht die Notbremsung. Die Notbremsung wollte ich eigentlich nicht gehen. Bis... Alter, zwei Minuten... Hä? Warum soll ich hier jetzt zwei Minuten stehen? Bis 31... In der Realität würde man zwar jetzt natürlich seinen Zug nicht verlassen. Sehe ich hier irgendwas. Dann vermutlich unten in der Unterführung. Ja, da ist eine Streckenkarte. Aha! VR-Schienen-Schnellverkehrsplan. Das ist mit Sicherheit auch über eine Zusatzgrafik hinzugefügt. Über einen Mod. So. Warten Sie bis 18.31.18. Aber schön. Auch hier so mit den... Auch das alte Wetter noch... Ähm... Ist ja auch noch ganz schön. Ich meine, ich kann jetzt hier oben über den God-Mode... Kann ich jetzt hier sogar die Bewölkung noch hinzufügen. Machen wir mal noch ein paar Wolken mit rein. Das finde ich ja auch... Ich muss sagen, dieser God-Mode... Ähm... Macht TSW auch nochmal um einiges mehr spielbar. Das sieht auf einmal komplett anders aus. Servus. Meine Kamera hat mal wieder geflackert. Ich muss mal gucken. Ist eigentlich... Ist eine Top-Kamera. Ist eine Logitech. Streamcam. Aber naja. So, Türen sind zu. Und Hebel nach vorne. Nächster Halt. Duisburg. In der vorletzten Folge hab... Oh, da kommt der 2. Das dürfte der RE2 sein. Mit der 110 383 von der Zentralbahn hintendran. Ja, ich glaub's auch. Die Lok bin ich schon mehrfach selber gefahren. Ich fahr ja nebenbei... Neben dem ich bei der DB fahre, hab ich ja noch einen Nebenjob bei der Zentralbahn. als Lokführer und Zugführer. Auf Sonderzügen. Und mit der 110 383 bin ich jetzt schon... Das eine oder andere Mal gefahren. Letztens... Letztens war... Ein, zwei Monaten erst wieder. Äh... Mit einem Sonderzug leer runter nach Bad Nauheim. Und dann weiter bis Gemünden. War meine Schicht. Und das Geile war... Morgens die Lok aufgerüstet. Und die Hauptsteuerung funktioniert nicht. Die 10 hat ja noch so ein... Fahrschalter Handrad. Und das funktionierte nicht. Also musste ich rechts an der Seite kurbeln. Und jede einzelne Fahrstufe manuell aufkurbeln. Ich sag's euch. Danach braucht man kein Fitnessprogramm mehr. Dann hab ich noch in Köln geguckt, ob die Hauptsteuerung wieder funktioniert. Nö. Ging nicht. Dann bin ich in Bad Nauheim angekommen. Hab dann mit einem von der Zentralbahn telefoniert. Mit einem von den Lokführern. Mit einem der anderen Lokführer. Der, der mich eh abgelöst hat an dem Tag. Und der so... Ja, geh mal in Fahrstufe 3 und Rütte mal ein bisschen. Ja, hatte ein bisschen Wackelkontakt. Aber sowas passiert halt... Das sind Lokomotiven. Das sind Alper-Lokomotiven. So, ich lass jetzt einfach rollen. Weil ich hab noch 2 Minuten 40 Zeit, um nach Duisburg reinzukommen. Das schaffe ich ohne Probleme. Außerdem dürfte jetzt gleich eh, je nachdem entweder eine 90er oder eine 60er oder was für eine Einfahrt kommen. Da kommen jetzt erstmal bis... 90er... 90er-Ankündigung. So, kriegen wir hier noch was Niedrigeres. 80. Okay. Wir rollen jetzt einfach weiter mit 90. Da vorne ist immer noch die 3,83. Mal gucken. Die hat eine 60er Einfahrt. Auch schön. Repaint ist jetzt auch nicht so top, muss man sagen. Soll ich in der nächsten Folge mal mit der Zentralbahn 110er fahren? Und... Ich kann sie im Prinzip nur mit Dostos oder mit N-Wagen fahren. Ich könnte mal probieren, Intercity-Wagen dran zu hängen. Aber nur, wenn ich nur eine Lok im Godmode spawne, kann ich die Lackierung leider nicht beeinflussen. Das ist das Traurige. So, ziehen wir jetzt noch an dem RE vorbei. So, wir müssen jetzt gleich natürlich noch auf unter 65 gehen. Vorm 500er. Machen wir jetzt mal. Dann holen wir den vermutlich nicht mehr unbedingt ein, den RE. Weil jetzt fahren wir auch nur noch 60. Das wäre natürlich witzig gewesen, wenn wir den noch eingeholt hätten wieder. Na gut, jetzt fahren wir eh parallel ein. Aber naja. Ne, das ist eine 10er. Ich fahre sehr, sehr gerne 10er, muss ich sagen. Macht schon Spaß. Altbau fahren ist immer was Schönes. So. So. Wunderschön. Damit sind wir in Duisburg angekommen. Und damit endet dann auch leider die Folge. Weil es ja nicht hinter Duisburg weiter geht. Leider. Da ist die 11er. Bitte. Na gut. Das war's dann wohl. Mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bei einer weiteren Folge Trains in World 3. Ähm. Ja, jetzt wird gleich, sobald die Zeit abgelaufen ist, noch unsere Auswertung kommen. Die gucken wir uns ja immer noch mit an. Ob ich jetzt auch eine Goldmedaille bekommen habe. In der Regel gucken wir uns das immer mit an. Außer ich vergesse es mal, aber... So, da kommt jetzt... Jetzt... Naja, er will jetzt erst noch, dass wir die Türen verriegeln. Dann machen wir das mal. Rechts verriegeln. Entschuldigung, da bin ich gegen den Mikrofonarm gekommen. Gut. Und das war's. Goldmedaille, Goldmedaille, Goldmedaille. Keine Goldmedaille, ich wette. Oder? Brauche ich nur für Gold nur 4.500? Da gibt's gar keine Medaille für. Die Strecke ist zu alt. Na gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder vom Let's Play Trains in World 3. Bis dahin und... Bye, bye!